Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fahrzeugreview aus dem Spiel War Thunder. Ihr seht das, es ist der Patch schon raus mit den französischen Flugzeugen. Um die werde ich mich auch in den nächsten Tagen kümmern, wenn ich aus meinem Urlaub zurück bin. Genauso wie die italienischen Panzer, die wir uns ja im Livestream schon mal einmal ganz kurz angeguckt haben. Der hier ist allerdings noch fertig geworden und den wollte ich euch trotz alledem vorstellen, denn ja, der Content aus dem letzten Patch ist ja eigentlich auch noch gar nicht so alt. Wir sind ja quasi hier direkt überrollt worden mit dem nächsten Patch. Und ja, da der aktuelle Patch eben sowieso nicht, wer weiß, wie panzerlastig gewesen ist, können wir ja mit Fahrzeugen aus dem letzten Patch weitermachen. Einer davon ist der M50 Ontos. Ein ja wirklich interessant aussehendes Fahrzeug, das wir hier im Forschungsbaum bei den Amerikanern finden, dort wo auch der Sheridan ist und der T92, all diese ganzen, ja, interessanten Mopeds. Der Ontos ist ein Fahrzeug, das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, damals den M56 bei den, ja, Fallschirmjägertruppen der Amerikaner ablösen sollte. Dieses Fahrzeug, ja, mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, mir da eine Meinung zu bilden. Und es haben auch noch andere Leute von uns dieses Fahrzeug gespielt. Und irgendwie haben wir alle so in etwa das gleiche Gefühl für dieses Fahrzeug. Es kann ganz lustig sein, dieses Fahrzeug, weil es mal wirklich was ganz, ganz anderes ist. Ihr seht das, wir haben hier sechs Rohre. Müsst ihr euch so vorstellen, diese sechs Rohre werden jeweils mit einem Geschoss beladen. Und dann kann man peng, 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 peng machen. Und dann werden alle sechs Rohre nachgeladen. Also nicht so wie ein normaler Panzer. Ein Geschoss, zack, bumm, schießen, nachladen, zack, bumm, schießen, nachladen. Dementsprechend ist auch der Munitionsvorrat, den er mit sich führt, extremst niedrig. Das kann man sich ja vorstellen, dieses Fahrzeug ist nämlich extremst klein. Wir gucken mal einmal rein, dann seht ihr das auch. Zwei Manneken sitzen da nur drinne. Und hier hinten ist ein bisschen Munition. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Schuss. Das ist die Munition, die wir haben. Also nicht wirklich viel. Dann kommt hinzu eben nur zwei Manneken im Fahrzeug. Dann hier im vorderen Bereich haben wir noch solche Sachen wie Kraftstofftank und wirklich wichtige und vitale Komponenten. Wenn man von vorne einen Treffer kassiert, dann ist man relativ schnell kaputt. Und ja, kaputt ist man sowieso relativ schnell, denn das ganze Fahrzeug besitzt eigentlich keine nennenswerte Panzerung. Schon mal gar nicht auf dem BR, wo es eingesetzt wird, 6-7, da ist eine Panzerungsstärke von 15 Millimetern oder effektiv 30 Millimeter gar nichts. Da schießt quasi fast jeder mit einem MG durch. Auch jedes Flugzeug schießt dadurch. Eigentlich schießt alles und jeder dadurch. Dadurch, dass wir nur zwei Besatzungsmitglieder haben, reicht es dann schon aus, wenn ein Besatzungsmitglied ausfällt. Dann gilt das Fahrzeug als verloren und somit ist das Fahrzeug zerstört. Nichtsdestotrotz kann man mit dem Fahrzeug ordentlich was erreichen. Die sechs Kanonen haben dementsprechend ordentlich Wumms, um ein Fahrzeug zu zerstören. Und wenn wir uns dann hier mal das ganz genau angucken, dann seht ihr, da oben ist ein MG drauf, da ist ein MG drauf, da ist ein MG drauf und da ist dann noch ein etwas schwereres MG drauf. Also auch die Sekundärbewaffnung ist relativ böse. Jetzt ist es leider Gottes so, hätten wir in diesem Spiel die Möglichkeit Infanterie zu bekämpfen, wäre der hier sicherlich eine Hausnummer. Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Allein da oben mit dem Flakfeuer oben drauf, könnte man da feindlicher Infanterie richtig mit zusetzen. Aber eben genau das ist der Teil, der hier in diesem Spiel fehlt. Und deswegen gibt es schon ein paar Fahrzeuge, die ihren eigentlichen Aufgaben, nämlich so wie er hier, der Infanteriebekämpfung überhaupt gar nicht im Spiel gerecht werden. Das heißt, wir müssen uns andere Dinge damit überlegen. Da wir eben sehr, sehr leicht zu zerstören sind, ist das nicht ganz so einfach. Wenn wir uns jetzt die Modifikationen angucken, dann seht ihr, wir haben die Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen Munitionstypen. Einmal die Quetschkopf mit einer totalen Penetrationsleistung von 152 mm. Da spielt der Winkel der effektiven Panzerung, auf die wir treffen, auch keine Rolle, sondern nur die tatsächliche Panzerung. Einige Fahrzeuge können wir also ohne Probleme damit kaputt bekommen. Bei der Heat ist es wieder so ein Ding, wir haben nochmal so ein paar Sachen aufgezeichnet. Teilweise musste man mehrmals in einen Feindpanzer aus nächster Nähe mit der Heat reinschießen und man hat ihn trotzdem nicht kaputt gekriegt, obwohl man penetriert hat. Das heißt, der Schadensoutput wieder mal minimal, jenseits von Gut und Böse und fernab jeder Realität. Und da bin ich auch ganz ehrlich, mich stört es manchmal schon, dass gerade diese Heat-Granaten, die zwar eine sehr, sehr hohe Penetrationsleistung haben, hier so extremst wenig Schaden machen, dass es bei manchen Fahrzeugen wirklich schon absolut gegen jede Vernunft geht, wenn man diese Granaten überhaupt noch benutzt. Und ähnliches Gefühl habe ich teilweise hier bei der Heat. Es gibt manchmal Treffer, wenn man da vernünftig trifft, dann fliegt einem der Gegnerpanzer um die Ohren. Und das ist dann ein toller Effekt. Leider Gottes ist es aber im Regelfall so, dass ich mehrere Heat-Granaten in den Gegner reinschieße und der Gegner sich leider Gottes nicht verabschiedet, stattdessen sich eher kaputt lacht und MGM mal eben auf mich schießt und dann ist dieses Fahrzeug kaputt. Und das ist natürlich nicht besonders lustig. Das heißt, ich kann euch jetzt nicht zwei zusammenhängende spektakuläre, tolle Matches zeigen, aber ich kann euch zeigen, wie sich das Fahrzeug in etwa darstellt, damit ihr darauf vorbereitet seid. Wir sehen uns danach in der Garage wieder. Viel Spaß! So, wir fangen direkt mit der ersten Szene an. Und ihr könnt das jetzt gleich sehen, ich stehe mit einem Panther direkt im Nahbereich im Feuerkampf. Ich habe jetzt da hinten noch einen Gegner gehabt, zu dem ich allerdings keine Sichtlinie herstellen konnte. Insofern war jeder Versuch, ihn dort hinten irgendwo zu treffen. Reines Lotto-Glück. Und jetzt könntet ihr das gerade auch an dem Tracer sehen von dem Geschoss. Je nachdem, aus welchem Rohr das Geschoss rausfliegt, kommt das Geschoss entweder von links ins Bild geflogen oder von rechts ins Bild geflogen. Gerade in bebautem Gelände kann das zu Problemen führen, an die man sonst eigentlich gar nicht denkt, weil auf einmal in der Geschossbahn eventuell ein Hindernis ist, wo das Geschoss dran hängen bleibt. Wir denken ja immer von der Nasenspitze zum Fadenkreuz. Und hier bei diesem Fahrzeug ist es jetzt so, dass die Geschosse entweder von links oder von rechts ins Bild reingeflogen kommen. Und wenn in diesem Bereich irgendwo ein Hindernis ist, kann es sein, dass ihr mit eurem Geschoss ein Hindernis trefft, das ihr überhaupt gar nicht treffen wolltet. Und ganz nebenbei im Nahbereich auch das gezielte Anvisieren von einzelnen Hitboxen, extremst schwer. So, ihr seht das jetzt, hier haben wir den Panther. Und wo ich ihn getroffen habe, und da kamen gleich schon die ersten Zweifel in mir hoch. Das war nämlich das erste Gefecht mit dem Fahrzeug. Ob die Munition wohl die richtige ist, ob die wohl was taucht. Die Hiet meines Erachtens nach noch besser als die Quetschkopf, weil die Quetschkopf hier eigentlich so gut wie gar nichts mehr taucht. Ähm, das ist allerdings eine rein subjektive Wahrnehmung. Das kann auch ganz, ganz anders sein. Ich persönlich meine, dass die Hiet besser ist. So, und jetzt seht ihr das hier, ich treffe ihn in der Seite und er schießt mich raus. Das ist halt so. Man kann es nicht ändern. Und, äh, ja. Es ist ein bisschen ärgerlich. Hier hat die Seitenschürze von Panther übrigens das gemacht, was sie machen sollte, solche Hietgeschosse eigentlich aufhalten. Was mich an der Szene viel mehr gestört hatte, war der Treffer vorne am Turm, äh, der keinerlei großartigen Effekt hatte. Nächste Szene, ihr seht das hier, wir sind, äh, auf der Fulda-Gap-Karte. Oben Burg, ein unheimlich schönes Gelände hier für dieses Fahrzeug. Und da kommt der erste Gegner gleich um die Ecke gefahren, auf den ich auch das Feuer eröffne. Und hier kann man jetzt auch ganz wunderbar nochmal die Flugbahn der, der Geschosse sehen. Und, die Wirkweise der Munition. Wir haben jetzt hier einen leichten japanischen Panzer, der sich dort vorne hinter den Blüsen versteckt. So, jetzt haben wir das Geschützrohr getroffen. Dritter Schuss. Turmfront, vierter Schuss, Turmfront, fünfter Schuss, zerstört. Erstmal, punktgenaus zielen, nicht so wirklich gut mit den Geschossen, die von links oder rechts reingeflogen kommen. Und je näher man am Gegner ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr tatsächlich die Stelle trefft, die ihr anvisiert. Hört sich komisch an, ist aber so. Und auch hier wieder so die Heat-Munition ist in meinen Augen so eine Lotto-Munition. Es gibt Situationen, da haut diese Heat-Munition mit dem ersten Treffer alles weg. Es gibt aber auch Situationen, da müssen wir mit dieser Heat-Munition quasi den gegnerischen Panzer förmlich zersieben, um ihn zu zerstören. Und das hat nicht unbedingt was mit den getroffenen Modulen zu tun. Also ich habe jetzt auch schon Fahrzeuge an komischen Stellen getroffen, wo ich mich gefragt habe, wieso ist der jetzt komplett in die Luft geflogen? Und auch da fragt man sich dann, was ist los? Da kann man natürlich dann wieder spekulieren, der hatte vorher schon alle möglichen Besatzungsmitglieder tot und deswegen hast du ihm jetzt den finalen Kill verpasst. Nichtsdestotrotz, ich bin kein Freund der Heat-Munition und schon mal gar nicht hier im Spiel. So, hier haben wir den nächsten. Auch nichts schwer gepanzertes, trotzdem haben wir Probleme an der Turmfront durchzukommen. Jetzt kriegen wir einen Crit hin. Der dritte Treffer zerstört ihn dann. Und auch ich denke, die Szene zeigt ganz wunderbar, wie schwer es ist, mit diesen sechs unterschiedlich angeordneten Abschussrohren ein Ziel tatsächlich so zu treffen, wie man sich das eigentlich wünscht. So, hier haben wir nochmal einen Cut gemacht. Jetzt seht ihr das Ende vom Ontos hier in diesem Gefecht. Da unten haben wir einen Ruh. So, da haben wir einen Eimer getroffen am Turm, wieder nicht zerstört, nicht getötet. Uns geht die Munition aus, auch das ist ein ganz, ganz großer Nachteil vom Ontos. Die paar Schuss, die er dabei hat. Und die sind dann noch ineffektiv teilweise. Der ist nebenher gegangen und der ist auch nebenher gegangen. Auch hier wieder das Ziel mit den Rohren sehr, sehr schwer. Ja, dann verzettelt man sich in Dauerfeuer. Einmal hatten wir ihn ja am Turm getroffen, jetzt sind wir leer geschossen. Ich versuche runter auf C zu fahren und zu neutralisieren. Und das nutzt der Ruh, den ich ja eben noch am Turm heftigst getroffen habe, um mir den finalen Fangschuss zu verpassen. Und er hatte mit seiner Heat FS natürlich keinerlei Probleme. Wir haben mit zwei Besatzungsmitglieder. Es reicht, wenn eine stirbt. So, hier sind wir Fabrik und hier auch eine ganz wunderbare Szene. Da wir ja nun mal keine Masse haben, kein Gewicht, kann uns auch so ein Hindernis, dass wir sonst einfach so durchfahren, hin und wieder Probleme bereiten. Bonk. Wenn der Große jetzt nicht von hinten geschoben hätte, wäre diese Wand wahrscheinlich ein unüberwindbares Hindernis für uns gewesen. Ein klarer Vorteil des Ontors ist, dass er relativ zügig unterwegs ist, dass er sehr, sehr wendig ist und dass er auch sehr, sehr klein ist und dadurch halt auch, ja, wenn man sich gut positioniert, relativ schnell übersehen wird. Genau das sollte man versuchen, als Stärken auszuspielen. Das heißt also, wenn ihr das Fahrzeug einsetzt, gucken, dass ihr das zumindestens dann mitnehmt. Und auch hier seht ihr das Visierkreuz war genau auf dem Gegner. Das Geschoss kommt von rechts reingeflogen und trifft das Fass, das da gestanden hat. Und ja gut, so ist das eben. Also, ja, die Zielen ist hier tatsächlich, hm, jetzt nicht so das, 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 das Nonplusultra mit diesem Moped, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ich gehe jetzt hier gleich mit diesem Fahrzeug ein klein wenig aggressiver vor, weil es die Situation einfach so hergibt, ist jetzt allerdings in meinen Augen nicht unbedingt das ultimative Vorgehen, wie man es immer machen sollte. Dafür sind wir wirklich einfach zu verletzlich. Es reicht, wenn ein Besatzungsmitglied ausfällt und, ja, dann ist unser Panzer dahin. Das können wir mit anderen Fahrzeugen machen, die vier oder fünf Besatzungsmitglieder haben. Wenn wir nur zwei haben, müssen wir auf jeden einzelnen aufpassen. So, und ihr habt vielleicht auch festgestellt, diese sechs Schuss kann man relativ zügig hintereinander abfeuern. Danach müssen alle sechs Rohre nachgeladen werden. Das heißt also, wir haben im Grunde genommen sechs Schuss, die wir sehr, sehr schnell verfeuern können. Dann müssen wir wieder warten. Dann können wir wieder sechs Schuss sehr, sehr schnell verfeuern. Wobei der Nachladevorgang bei diesem sechs Schuss doch relativ zügig vonstatten geht. So, da haben wir jetzt ein Ziel erwischt. Was uns dazu motiviert, ein bisschen aggressiver nach vorne zu gehen. Da steht der nächste vor uns, der auch gerade wohl Probleme hat und sich deswegen nicht wirklich wehren kann. Und auch hier habt ihr es jetzt gesehen, mit einem Schuss zerstört. Kann allerdings sein, dass da vorher schon genügend Besatzungsmitglieder ausgefallen waren. Und wir ihm jetzt quasi den finalen Treffer verpasst haben. Hier der erste Schuss, dass der nicht wirklich was gebracht hat, nachvollziehbar. Der zweite Schuss hätte jetzt wieder rein theoretisch tödlich sein können, war er nicht. Also, ich möchte ganz vorsichtig sagen, für mich ist das mit den Granaten hier im Ontos und auch so, wie die Granaten ins Bild reingeflogen kommen, was natürlich nachvollziehbar ist, es ist kein Fehler, ist für mich trotzdem eine Lotto-Geschichte. Oder man muss enorm viel mit dem Ding gespielt haben, um tatsächlich so das perfekte Feeling dafür zu bekommen. Bei dem Moped, so wie es performt, glaube ich, nicht, dass sehr, sehr viele Leute die Nerven haben werden, dementsprechend viele Gefechte damit runterzurattern. Ist schon, ja, ganz niedlich die Kiste, muss man mal so sagen. Was sicherlich lustig ist, sind die ganzen MGs, die wir haben. So, jetzt sind wir erledigt worden von einem Kugelblitz, für den waren wir natürlich leichtes Futter. Und die ganzen MGs obendrauf, ja, die können schon ganz lustig sein, wenn man mal an so leicht gepanzerte Fahrzeuge rankommt. Dann zersägt man den Gegner mit 6, 7, 7 MGs. Allerdings hatte ich bisher nicht das Glück, in so eine Situation zu kommen. So, wir sind jetzt hier nochmal wieder auf Fulda, die Burg. Und auch hier jetzt mal so ein typisches Beispiel für, anstatt irgendwo zu stehen und zu warten und zu hoffen, eher so die aggressive Vorgehensweise. Das heißt, von hier oben ist ein super Spot, kann man runtergucken auf A. Gleichzeitig hat man hier so ein bisschen den Torbogen unter Kontrolle. Wenn da einer um die Ecke gefahren kommt, kann man relativ, ja, einfach auf den wirken. Auf, ja, diese Situation habe ich natürlich auch gehofft. Dann waren da aber auch Motorengeräusche zu hören und das eine Fahrzeug wurde auf der Karte markiert. Das heißt, ich weiß jetzt, dass da ein Fahrzeug um eine Ecke steht. Und ja, was macht man da? Absolut aggressives Vorgehen. Und wir nutzen jetzt einfach mal das Überraschungsmoment, weil er sich wahrscheinlich mit anderen Fahrzeugen beschäftigt. Knallen um die Ecke und zack, eins, zack, zwei, zerstört. Hat dann wieder einigermaßen gut funktioniert. So, und jetzt kommen wir auch hier zum Ende. Er ist halt schnell zu zerstören. Der Ruh, der uns jetzt hier gleich quasi rausnimmt, den habe ich nicht gesehen. Ihr könnt jetzt mal unten, nach unten hin so ein bisschen drauf achten. Er ist nicht sichtbar, wenn man jetzt so spielt. Da unten steht allerdings ein Ruh und, ja, der knipst uns jetzt gleich das Licht aus. Klick, Licht aus. Da unten war er. So, da sind wir wieder. Ihr habt gesehen, was der Ontos kann oder nicht kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte diesen Panzer für eine Gurke. Es wird sicherlich der eine oder andere von euch, kann man das Ding überhaupt Panzer nennen? Eigentlich ist das ja ein Dixi-Klo auf Ketten. Mehr ist das ja nicht. Ist auch egal. Es wird sicherlich den einen oder anderen da draußen geben, der sagt, ich finde den total toll, ich habe da eine KD von 80% und überhaupt beste Panzer im Spiel. Ja, mag sein, dass ihr das so seht. Ich sehe es anders. Ich finde, das Ding ist eine Gurke. Es hat nur zwei Mann Besatzung. Wenn einer tot ist, ist der Panzer verloren. Wir haben keinerlei Panzerung. Wenn wir beschossen werden, werden wir garantiert penetriert. Sprich, wenigstens einer ist tot, der Panzer ist verloren. Die Munition ist, ja, das sind so diese Lotto-Granaten, die wir hier im Spiel haben. Das fängt bei der Quetschkopf an, die sehr oft dazu tendiert, mal eben dann doch nichts zu machen, obwohl sie eigentlich was machen müsste. Und das zieht sich weiter über die ganz normale Heat, die auch ganz gerne mal nicht das macht, was wir eigentlich von ihr erwarten. Also, ich kann nichts anderes sagen, als wie, nein, ich halte das Ding hier tatsächlich für ein Dixi-Clo auf Ketten. Der kann Spaß machen, der kann lustig sein. Wenn man zum Sheridan durch muss, muss man irgendwann an diesem Fahrzeug vorbei. Aber ich bin mir 100% sicher, dass die Masse der Spieler, die dieses Fahrzeug irgendwann haben, ganz, ganz schnell davon wieder weg wollen, um dann tatsächlich zum Sheridan zu kommen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir den irgendwann in der Zukunft, sofern das Fahrzeug so weiter performen wird, wie es das jetzt macht, wir es auch nicht großartig hier auf einmal in Massen in den Gefechten sehen werden, weil das auf einmal der absolute Superkiller ist. Ist eine Spaßmaschine. Kann man sich mit in den Hangar holen. Ob das BR gerechtfertigt ist oder nicht, kann ich euch nicht sagen, weil ihr habt es gesehen, das Ding könnte rein theoretisch auch von einem Rudel Reservepanzer mal eben auseinandergenommen werden. Und selbst bei einem Rudel Reservepanzer kann es durchaus sein, dass unsere Heatgranaten zum Beispiel überhaupt keinen wirklich ernstzunehmenden Effekt haben. Und dann schießt der Reserveflagpanzer oder der Reservepanzer zweimal eben zurück und unser Fahrzeug ist kaputt. Das BR von diesem Ding hier spielt keine Rolle. Den hätten sie 9-0 machen können. Den hätten sie 6-7 machen können, wie sie es jetzt gemacht haben. Den hätten sie 2-3 machen können. Alles, was über dieses Gefechtsfeld hier in diesem Spiel fährt, kann euch kaputt machen. Immer. Überall. Also ich würde es tatsächlich irgendwo im Camp stehen lassen, Rolle Klopapier reinhängen und wenn dann die ganze Truppe weiterzieht, kann man quasi sein Dixi-Klo direkt zum nächsten Standort fahren. Also so sehe ich das. Trotz alledem, ja, ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so schlecht über einen Panzer gesprochen, oder? So, ihr habt es gemerkt, wir mussten gerade noch einen Cut machen, kurz bevor ich mit dem Video fertig bin. Das Telefon hat geklingelt, ist nicht weiter schlimm. Ich möchte mich trotzdem noch von euch verabschieden. Ich wünsche euch allen weiterhin viel Spaß im Spiel. Selbst wenn ihr regelmäßig nur Panzer fahrt, probiert mal die französischen Flugzeuge aus. Die machen richtig Spaß, kann ich euch nur sagen. In diesem Sinne, tschüss, alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Imbleed. Ich wollte euch über diefteilung. Die hier in diesem Sinne, tschüss, alles Gute, bis zum nächsten Mal.